So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich erziele Kopfschüsse mit einem Scharfschützengewehr gegen I.O. Truppen. Das Problem ist natürlich, mehrere Probleme haben wir hier eigentlich, nämlich erstens natürlich die Headshots machen, dann wir brauchen ein normales Scharfschützengewehr und zusätzlich wir brauchen noch I.O. Truppen, das war der erste Headshot. Das war der zweite. Ihr seht, so simpel ist es eigentlich. Ich bin halt einfach hier... Zack. Okay, ist doch nicht so schwer. Ich nehme alles zurück. Aber ihr seht, genau so müsst ihr es machen. Holt euch einfach ein normales Scharfschützengewehr. Ich bin jetzt hier unten über den Fluss reingegangen, weil hier eigentlich die wenigsten landen. Die meisten behalten sich halt oben auf. Na, ihr seht schon, die kommen angerannt wie die fliegen. Und... Zack, noch ein Headshot. Zack, noch ein Headshot. Also, genau so müsst ihr es halt machen. Geht am besten hier unten rein. Ihr müsst halt ein bisschen Glück haben. Klar, hier muss ein Sniper liegen. Dann und... Da sind halt viele Faktoren. Keine Giltner. Die Aufgabe ist echt nervig. Weil hier landen ja sowieso schon genug Leute. Von daher ist es nicht ganz so einfach. Habt einfach ein bisschen Geduld. Probiert es zwischendurch mal. Nicht unbedingt heute. Ansonsten, der ein oder andere wird es natürlich trotzdem hinkriegen. Und in dem Sinne, vergesst nicht, gerne ein Like da zu lassen. Gerne ein Abo. Und in dem Sinne, haut rein.